Ja moin moin, heute spielt mir wieder eine Runde Wacht. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir haben hier eine Treppe. Oh, hier waren wir aber noch nicht. Jetzt sind die Tür noch zu. Tür auf. Schublade ist nix. Okay. Ähm. Hallo? Da haben wir noch eine Tür. Können wir aufmachen. Okay, hier ist anscheinend auch nix. Okay, okay. Da haben wir noch eine Tür. Gucken wir auch mal rein. Oh, da haben wir was. Ah. Wir können das nicht mitnehmen. Hm. Ja gut. Was haben wir denn hier noch? Ja, das Stück Fisch können wir mal. Das Stück Fisch. So. Da haben wir noch mal ein Ding hier bekommen. Jetzt haben wir noch zwei Stück. Die Mangos können wir auch mal essen. Dann können wir ein bisschen Platz hier wieder. So. Okay. Was haben wir hier? Oh, wieder Bio-Treibstoff. Das ist gut. So, einen Platz haben wir noch frei. So. Können wir hier noch was finden? Nee. Hier war nix mehr dran. Weiter runter könnten wir. Okay. Gehen wir weiter runter. Okay. Ein paar Pfeile. Okay. Hm. So viele, so viele, ähm. Ja, was sind das? Campingwagen oder was? Irgendwie Campingwagen, würde ich sagen. Oh, okay. Da können wir die Treppe hoch. Ja, was können wir drehen hier? Ah, okay. Ah, okay. Wir können das drehen. Okay. Äh, nicht drehen. Was können wir damit machen? Ah, okay. Da müssen wir was... Okay. Da muss irgendwas reinlaufen. Ah, okay. Oh, da oben. Da oben haben wir was gesehen hier. Da. Da muss irgendwas... Hier passiert was. Benutzen. Okay. Hat es geklappt? Dann müssen wir den ein bisschen zudrehen. So. Vielleicht klappt das nochmal. Hier habe ich nochmal einen Hinweis. Sehr gut. Susten wir den nochmal? Der passt. Oh, okay. Der muss ein bisschen weiter nach hinten. So. Ungefähr. Ja, dann soll das passen. Okay. Und nochmal drücken. Gut. Ja. Das ist ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das jetzt geklappt hat. Wir sind... Wir stocken hier mal irgendwie. Bleiben wir irgendwie hängen. So, nochmal. Ah, das ist wieder ein Stückchen nach hinten. So ein Stück. Jetzt müssen wir es passen. Jetzt müssen es funktionieren. Einmal plötzen. Das trifft. Das trifft auch. Und das trifft auch. Und hier unten. Wo geht es hier weiter? Ach, hier müssen wir es auch nochmal drehen. Okay. Ah, da haben wir einen Brunnen. Okay. Können wir den auch noch drehen hier? Ah, da haben wir auch keine Sachen. Gut, ich muss mir die Tür aufmachen. Ah, hier haben wir die Treppe. So, aber wir müssten dann gucken, ob das passt. Was da unten passt irgendwie. Können wir hier noch was mitnehmen? Da haben wir noch einen Hinweis. Super, nehmen wir mit. Da ist nichts drin. Ah, da können wir die Treppe hochnehmen. Okay. Hopp. Hopp. Also das passt hier. Müssten wir gucken, dass es da unten passt. Hier war das. Hier war das. Dass es so vom Winkel her passt. Machen wir nochmal ein bisschen so hin. So, okay. Können wir von hier laufen? Nee. Da haben wir eine Tür. Hier ein bisschen Schrott. Was ist das? Ähm, okay. Ja gut, dann essen wir mal die beiden Fische. So. Ein Scharnier. Okay. Wir haben noch einen Fisch. Und dann noch ein paar Kokosnüsse. So ist die hoch war es, glaube ich. Oh, hier haben wir noch nicht geguckt. Oben können wir noch ein paar Schrieg aufmachen. Ein Ei. Das ist ein Ei, ne? Ja, komm, dann schmeißen wir mal kurz die Steine weg. Jetzt nehmen wir das Ei auf. Dann können wir das Ei essen. Äh, nee, das Ei soll es essen. So, dann können wir die Steine aufmachen. So. Noch ein paar Kokosnüsse essen. Dann können wir ein bisschen was trinken hier, ne? Einen können wir noch. Wunderbar. Ich glaube, wir sollten erst mal zurück zum Schiff gehen. Um die ganzen Sachen wegzupacken. Glaube ich mal. Sonst, ähm, sammeln wir wieder ein paar Sachen ein und können die dann nicht mitnehmen. Ist dann auch nicht so gut. Wo ist denn jetzt hier, wo konnten wir jetzt hochlaufen? Hier, war das ja? Was hier? Ja, hier. Genau, komm. Oh, das, ach, jetzt stocken wir hier wieder. Das ist doch, das ist doch doof. Also das hat jetzt hier nicht ganz geklappt. Da muss ich mal durchlaufen. Ähm, nee, wir wollten einen höher. Okay. War das hier? Hier. Genau. Das hat nicht ganz geklappt. Wir müssten das ein bisschen bei der so machen. Vielleicht so. Okay. Dann müssen wir nochmal einmal hoch die Treppe. Einmal rumlaufen. Dann müssen wir nochmal hier. Hier hoch. Und da haben wir die Pumpe. Hopp. Einmal benutzen. Wir probieren. Na, jetzt falle ich schon wieder runter hier. So, einmal hier hochlaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ähm, richtig ist. Wir drücken jetzt ein paar Mal drauf. Dann mal gucken, ob das passt. Hier haben wir noch ein paar Türen, die wir aufmachen können. Schublade. Ah, was ist das? Nochmal Glas. Also das ist nochmal Glas. Wir haben nochmal Bio-Getreibschopf gekriegt. Okay. Bio-Getreibschopf ist ja auch nicht schlecht. Können wir immer gebrauchen, ne? Ähm. Ja, wir gönnen uns jetzt mal... Ja, komm, wir gönnen uns jetzt doch die letzte Kokosnuss. Dann können wir das Glas mitnehmen. So, wir drücken jetzt einmal drauf. Hier, so. Okay, das passt nicht. Machen wir so. Okay, nee, da nicht hoch. War jetzt doch nicht der richtige Winkel. Äh, dann hier. Dann hier. Vielleicht klappt es jetzt, dass wir nicht den richtigen Winkel haben. Wir drücken ein paar Mal drauf. Hier geht es bloß nicht. Da haben wir genug. So. Einmal noch. Ah, wir sehen da auch nichts, ey. Oh. Dass wir von der Seite nicht reinkommen, das ist doch doof. Müssen wir jetzt eigentlich die Treppe da hoch... Ah, hier. Hier haben wir. So können wir rum. Ähm. Können wir hier so? Ja. Das trifft auch nicht, ne? Ähm, na so. Oder müssen wir das Ganze drunter machen? So vielleicht? Wir haben das Ganze drunter. Ach, wir probieren es jetzt doch nochmal aus. Muss ja eigentlich klappen jetzt hier. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Da wird irgendwie das Paket da hochkommen. Wahrscheinlich sind da ein paar Sachen drin, die wir gut gebrauchen können. So, einmal draufdrücken. Ach, von hier kann man ja nichts sehen, wieder. Das ist doch doof. Das ist doch doof. Wir müssten genau den Winkel haben, wo wir runterspringen können. Dass wir es auch sehen können. Wie wir es, ähm... Ne, das passt nicht. Okay. Ah, hier können wir aber ja nicht durch. Dann müssen wir wieder einmal rumrennen. So, Treppe hoch, da hoch, hier hoch, nein, da wird hochlaufen. Danke. Ach, jetzt haben wir es, jetzt haben wir, wir müssen ja wieder runter. Ähm, wir haben es ja gar nicht, wir haben es ja gar nicht verstellt. Jetzt bringt er uns nichts. Ähm, ne. Was? Einen tiefer müssen wir. So. Da. Ne. Was? Wie? So. Ach, da können wir. Ach, Mist. Müssen wir doch wieder ein Stück nach oben. Hier, ne? Genau. Also das passt nicht. Das heißt, wir müssen... Das... Hm. Das heißt, wir müssten das irgendwie... Was ist, wenn wir es so machen? Das bringt ja nichts, ne? Naja, das bringt ja nichts. So? Ja, wir probieren das mal so. So. Hm. Dann mal die Treppe hoch, dann hier links, dann wieder die Treppe hoch hier, Leiter. Hopp. Hopp. Mal drücken. Wir können... Wir können hier nichts... Ne, das ist daneben. Okay. Das ist daneben. Ah, nee. So, hier. Hopp. Hopp. Also das ist genau auf dem Stein da irgendwie, ne? Dann müssten wir... Dann müssten wir... Also das spritzt ein bisschen rüber, würde ich sagen, ne? Dann müssten wir doch ein bisschen so machen. Ja, so. Wir machen das mal so. Machen, ob das dann klappt. Ach, wir fallen hier jedes Mal runter. Das ist doof. So. Müssten wir auch langsam wieder zum Schiff zurück. Wir brauchen was zu trinken. So, so, so. Und das spritzt genau daneben. Also es ist zu weit. Okay, dann müssten wir noch mal einen anderen Winkel haben. Hopp. Hopp. Noch eine andere... Achso, ja genau. Ne. Das war hier. Also der spritzt immer noch da drüber. Immer noch drüber. Dann müssten wir... Vielleicht mal so den Winkel haben. Würde das gehen? Dann müssen wir ganz gerade... Wir machen mal ganz gerade. Ganz ran da. So. Machen wir, ob das dann klappt. Ob dann da Wasser reinkommt. Sollten wir da auch irgendwie hinkriegen. Wir müssen nur den perfekten Winkel finden. Ja. Wir haben den perfekten Winkel. Perfekt. Dann können wir jetzt ein paar Mal drauf drücken. Und dann kommt das andere hoch. Was da... im Brunnen da ist. Kommen wir noch ein paar Mal schnell rauf. Und dann haben wir auch das Paket, der besser ist. Super. So. Einmal. Zweimal. Zweimal. Ah, fünfmal wird es gleich reichen, oder? Ah komm. Da geht noch. So. Dann können wir mal gucken, was da unten ist. Einmal rum. Ist das schon oben? Ja. Okay. Ah. Wir haben diese Seilerrutsche gefunden. Gut. Dann können wir ja auch zu einem anderen hinspringen. Oh ja, wir haben ja noch was gefunden. Sehr gut. Hier ist nichts mehr. Das kann... Aber wir haben jetzt immer noch nicht das hier dann sag mal schnell das Springfester gefunden, ne? Oder wo wir das Schießpilber reinpacken wollten. Das haben wir noch nicht gefunden. Und hier unten liegt auch nichts mehr. Gut. Einen Fisch hatten wir noch, ne? Können wir... Fisch können wir schnell essen. So. Dann gehen wir schnell jetzt wieder zurück zum... zum Schiff. Ähm... Wie können wir am besten jetzt... Oh, hier haben wir eine Leiter. Oh, okay. Können wir mal nochmal gucken. Was haben wir hier? Hm, zwei Seiten. Können wir mit denen. Sehr gut. Äh, okay. Treppe hoch. Da ist die nächste Treppe. Da können wir hinspringen. Dann war es die hier. Die längs. Hoch. Da. Okay. Hier haben wir auch ein paar Sachen. Okay. Das nehmen wir alles gerne mit. Haben wir noch einen Hinweis? Hier so? Nee. Das nehmen wir auch alles ganz gerne mit. Waren wir hier schon drin? Okay, noch ein Stein. Ein paar Pfeile. Oder ein Pfeil. Ist okay. Ist okay. Ist okay. 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 Da können wir... Da konnten wir runterlaufen, ne? Hier waren wir auch schon. Ob oben sind noch ein paar Sachen. Oh, eine B... Ja, können wir uns auch gleich mal essen haben. Ist ein Platz frei. So, dann können wir hier hochlaufen hier. Dann sollten wir wieder ganz oben sein erst mal. Oder? Hier. Hier. Aber hier haben wir auch noch nicht geguckt gehabt. Da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Da haben wir was. Und einen Fisch. Können wir uns auch. Wir müssen unbedingt jetzt zum Schiff zurück. Da ist wir so noch. Dings hier. Ah, hier haben... Okay, wir haben ja auch nicht hier noch nicht geguckt gehabt. Hm. Ja gut, gucken wir schnell. Wir haben ja auch ein bisschen... noch ein bisschen... ähm... Leben hier sage ich mal über. So dustig sind wir auch nicht mehr. Wir sind noch nicht im roten Bereich. Können wir noch mal schnell ausnutzen. Aber hier waren wir schon drin. Okay. Da waren wir noch nicht dran. Oder? Waren wir hier schon drin? Da? Ne? Oben waren wir auch noch nicht. Wie kommen wir denn hier hoch? Gibt es eine Leiter? Der Tag gibt es eine Leiter. Oh, wir haben ja noch ein Kabel gefunden. Und hier noch einen Hinweis. Sehr gut. Planken. Hopp. Nochmal Glas. Perfekt. So. Hopp. Hopp. Pfeile. Pfeile. Hier oben muss ich aufmachen. Da ist nichts. Okay. Ähm. Jetzt müssen wir ganz schnell mal... Jetzt müssen wir mal los hier, würde ich sagen. Jetzt müssen wir los. Ganz schnell. Los. Oh, 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 oh. Wo bin ich hingefallen? Okay. Ähm. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Wir müssen irgendwie bis nach oben, würde ich sagen. Von oben können wir viel mehr sehen, wo unser Schiff ist. Ah, okay. Da können wir noch weiter nach oben gehen. Super. Ah, hier waren wir eben, ne? Okay. Okay. Hier haben wir auch schon alle durchgesucht. Ja, ja, genau. Haben wir schon. Genau. Hier können wir hoch. Man müsste mich hier vorne irgendwie runterlaufen, runterklettern wieder, ne? Oder? War eigentlich hier irgendwo... Die Brücke? Da ist die Brücke. So. Hopp. 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 Oh, Mist. Okay. Kein Problem. Ähm. Oha, jetzt geht's los. Sind wir im roten Bereich hier. Aber hier müsste eigentlich da hinten ein Schiff sein. Ja, da. Ne, das ist nicht über das Schiff. Da ist schon das Schiff. Oh, hier haben wir noch einen Hinweis. Perfekt. Glatt übersehen. Solange wir nicht komplett auf Null sind, verlieren wir kein Leben. Das ist gut. Und so können wir auch ein paar Sachen wegpacken. Dann können wir wieder ein bisschen Platz einfach. Ja, das sollte man schaffen. Okay. Na. Haben wir gleich geschafft. Alles gut. Und hopp. Becher. Ab. So. Jetzt sind wir nicht mehr durstig. Ah, ein Friedelin ist gleich auch hier am Start hier. Hau ab. Hau ab. Musst du nicht gleich hier an das Schiff hier kaputt beißen. Muss doch nicht sein. Haben wir noch irgendwie. Wir packen mal unsere Sachen weg hier. Haben wir noch ein bisschen Platz hier. So, Bolzen. Das können wir auch mit wegpacken. Das Rezept können wir gleich mal aufhängen hier. Das ist auch gleich in unsere Küche. Zack. Zack. Ähm. Ja, hier. Das können wir auch mal da reinpacken. Haben wir hier. Ein Blop. Jo. Seile. Steine. Hat mir nicht irgendwie noch Glase? Ja, wir haben kein Glas. Ja, wir haben ja Glase. Können wir da reinpacken. Ähm. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Glas. Das war Scharnier. Gut. Ähm. Die Dippe kannst du mal kochen. Haben wir. Die Bäume müssten fertig sein, ne? Ja. Dann können wir wenigstens ein paar Mangos. Dann können wir die essen. So, kriegen wir noch ein paar. Ne? Keine Samen hier. Okay, okay. Diesmal nicht. Diesmal kannst du nicht, ne? Okay. Dann bin ich drei Mangos gemessen. So. Da haben wir doch mal. Ähm. Ähm. Ja, die, die. Die Seilerutscher haben wir doch auch jetzt gefunden. Das ist gut. Ähm, was wollte ich denn jetzt? Achso, ja, klar. Ich wollte ja einen Palme haben. Ja, wir hatten wir nicht irgendwie noch ein paar Mangos gehabt? Mangos haben? Doch, hier sechs Stück. Können wir gleich wieder neu pflanzen. Zack. Bevor wir das vergessen. So. Die können da hin. Holz können da hin. Ich habe hier hinten noch ganz viele Mangos gesehen, ne? Die könnten wir noch mal mitnehmen jetzt. 20 Mangos, ja. Die können wir noch mal mitnehmen. Dann könnten wir eigentlich... Ich glaube, nochmal auf die Insel gehen. Und dann müssten wir eigentlich, ähm, 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 den Behälter finden, wo wir Schießpulver reinpacken können. Das müssten wir eigentlich mal machen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht abonniert. Aber los jetzt!